Hallo Leute, ich bin Section S-Like und ich wollte mal sagen, wenn ihr mehr Videos sehen wollt oder allgemein Pranks, Street Pranks, wo ich meine Kollegen pranke, wo ich mit meinen Kollegen pranke oder Fragen und Antworten Videos, wenn ihr Fragen stellt, das wird auch mal kommen über Facebook oder so, da werde ich euch auch noch was drüber sagen in den nächsten Videos. Und noch über, nicht nur allgemein so Videos, ich meine auch Vlogs, wenn ihr Vlogs sehen wollt, Pranks oder irgendwelche Videos, lasst einen Baum hoch da und abonniert mich. Und ja, es werden sowieso in der nächsten Zeit mehr Videos kommen, allgemein und ja, abonniert alle Steel Bro, guter Kollege von mir, der macht Gaming Videos über Minecraft und COD und sowas. Abonniert den, guckt mal da und abonniert mich alle, lasst einen Daumen hoch, dann kommen mehr Videos. Ciao.